Die TV-Produktion Cleopatra aus dem Jahr 1999 ist eine der Verfilmungen des Lebens der letzten Pharaonen von Ägypten, Cleopatra VII. Für den Film wurde das größte Set gebaut, das je in Marokko zu sehen war. Die Story basiert offiziell auf dem biografischen Roman von Margaret George, lässt aber oft die historischen Fakten beiseite. So wird nicht der wahre Grund erwähnt, weshalb Julius Cäsar nach Ägypten kam, die Jagd nach seinem Widersacher Gneus Pompeius Magnus. Auch die epileptischen Anfälle, unter denen der Diktator litt, werden nicht gezeigt. Wie es im früheren Film mit Elisabeth Taylor sehr wohl der Fall ist. Noch während der Produktionsphase verstarb der Kostümdesigner Enrico Sabatini an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Kritiken Auszeichnungen Der TV-Film erhielt 4 Emmy-Nominierungen. Beste Ausstattung Bestes Kostümdesign Bestes Haarstyling Beste Spezialeffekte Synchronsprecher Die Synchronsprecher für die deutsche Fassung Bestes Haarstyling Bestes Haarstyling Bestes Haarstyling Bestes Haarstyling Vielen Dank.